Ein herzliches Willkommen und ein fröhliches Hallo hier im Sprachgut-Podcast, deinem Podcast für den Dialog auf Augenhöhe, für die Sensibilität im Wort, für die mentale Fitness und das geöffnete Herz in der Kommunikation. Hier geht es immer wieder um die Begegnungen, um die guten Begegnungen von Mensch zu Mensch und wir stellen das Thema Kommunikation, die Welt der Sprache und der Gespräche in den Fokus dieses Podcastes und auch in unser tägliches Tun. Ich bin Sandra Manz, ich bin die Inhaberin der Sprachgut-Akademie und seit Jahren beschäftigen wir uns fast täglich mit diesem Thema und es ist faszinierend zu sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt für Menschen, ihre Kommunikation neu zu beleuchten und zu reflektieren und es sich dadurch möglicherweise etwas leichter zu machen, etwas souveräner, etwas gelassener, etwas kreativer und etwas kraftvoller, das eine oder andere Gespräch zu gestalten und auf jeden Fall aktiv mitzuwirken. Dadurch werden sich natürlich auch Menschen im Gespräch mit dir gut fühlen, vielleicht auch viel lieber mit dir sprechen oder auch tatsächlich die so wichtige Distanz auch eher einhalten. Ja, immer wieder und in jedem Podcast sagen wir Let's Talk About. Lasst uns einfach über ein bestimmtes Thema sprechen, denn durch den Dialog ist die Begegnung möglich und auch die Inspirationen, vielleicht die ein oder andere Sichtweise und ein neues Denken und damit auch ein neuer, neu entschiedener Umgang mit bestimmten Situationen oder Menschen. Es ist Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit, wir gehen auf Weihnachten zu und ein beflügeltes Wort in der Kommunikation ist die allzeiterstrebenswerte wertschätzende Kommunikation. Darauf möchte ich heute gerne Bezug nehmen und ich stelle einfach mal die spannende Frage, was ist das, eine wertschätzende Kommunikation? Menschen sprechen das schnell aus, manchmal in Teams, manchmal sind es Vorgesetzte, manchmal wünscht man sich es sich selber, nur welche Werte die Menschen meinen, wenn sie sagen, wir brauchen eine wertschätzende Kommunikation oder wir legen Wert auf eine wertschätzende Kommunikation. Dieses Bild wird oft gemeinsam gar nicht abgeglichen und ich möchte heute einige Werte ansprechen und auch etwas beleuchten und dir aufzeigen, wie du die in der Kommunikation, im Dialog, im Ausdruck oder auch in der Körpersprache gestalten und aktivieren kannst und dann kannst du ja alleine oder mit deinem Team oder mit deinen Freunden oder deiner Familie selbst entscheiden, welche Werte deinem Bild von wertschätzender Kommunikation entsprechen. Ich beginne mit einem Wert, der recht tiefsinnig ist und den viele Menschen sich wünschen, jedoch oft kaum die Worte finden, wirklich auszudrücken, was sie meinen. Ich beginne mit dem Wert der Treue. Treue ist ein hoher Wert. Wenn Menschen mit Menschen zu tun haben, dann tasten sie sich zu Beginn ihrer Begegnung immer ran und fragen sich oder stellen die Vertrauensfrage. Also, wem oder was kann ich hier trauen? Ein junger Mitarbeiter oder ein neuer Mitarbeiter, der neu ins Team kommt, der wird genau beobachten, wer ist hier vertrauenswürdig, wem kann ich vertrauen, wem kann ich was anvertrauen, wer behält das möglicherweise auch für sich. Auch du selbst wirst immer prüfen in deinem Umfeld, beruflich und privat, wo ist die Treue, wo ist das Vertrauen. Jetzt ist es wichtig zu wissen, dass Treue oder Vertrauen nie an der Oberfläche einer Verbindung oder einer Beziehung entsteht, sondern Vertrauen bildet sich insbesondere dann, wenn Teams oder Menschen in eine etwas schwierigere Situation kommen, knappe Ressourcen haben, eine große Aufgabe, zusammenhalten in irgendeiner Form, in irgendeinem Thema ihres Berufsbildes und erst dann zeigt sich, ob man sich wirklich aufeinander verlassen kann. Das ist in Freundschaften so, das ist in Lebenspartnerschaften so. Solange alles gut läuft, ist es alles easy und gar nicht schwer. Es zeigt sich erst, wenn es schwieriger wird, ob Menschen in der Lage sind, ob zwei oder mehrere in der Familie oder in einem Team, zeigt sich erst dann, ob die Treue zum ursprünglichen Wert der Familie, der Kollegialität des Teams, der Liebesbeziehung eines Paares sozusagen, die Kraft aufbringt und sagt, doch, egal wie schwer es ist, wir halten zusammen. Dadurch entsteht Vertrauen. Denn Vertrauen zeigt sich dann, wenn ich mich nicht so gut benehme. Also solange ich mich gut benehme und alles läuft gut, ist es tatsächlich überhaupt nicht schwer, freundlich zueinander zu sein oder treu zu sein. Wenn ich frisch verliebt bin, ist es nicht schwer, treu zu sein. Dann gehen meine Gedanken sowieso in Richtung einer Person. Und da zeigt sich keine echte Treue. Die Treue zeigt sich erst dann, wenn es etwas schwieriger wird. Das ist in Familien so, das ist in Teams so. Also du kannst das sicherlich nachempfinden und hast sicherlich auch schon etwas erlebt, wenn jemand zu dir hält, obwohl oder gerade weil es besonders schwierig ist. Die Treue ist ein hoher Wert und Vertrauen, was der jeweilige Mensch darunter versteht, ist wichtig, einander auszutauschen. Ein Team, das sagt, es ist uns wichtig, einander treu zu sein oder unserem Berufsbild treu zu sein erfordert, schlicht den Dialog. Ein gemeinsames Bild von Vertrauen oder Treue kann enorm stärken und sehr, sehr viele Engpässe oder Krisen oder Herausforderungen meistern lassen, denn Treue ist ein tragender Wert, also erträgt. Wenn ich jemandem über den Weg traue, wenn ich weiß, mich verkauft hier nicht gleich jeder, dann ist das etwas sehr, sehr Wirksames und Wachstumsförderndes. Es ist übrigens auch etwas sehr Gesundes. Egal, wie schwer es ein Mensch im Leben hat, wenn er jemand hat, auf den er sich verlassen kann oder der zu einem hält, obwohl es schwer ist, das ist sehr stärkend. Also da gehen Menschen oft kraftvoll raus und solche Menschen bringt auch oft kaum noch was auseinander, weil sie einfach zu viel miteinander gemeistert, gelernt, entwickelt oder auch im Vertrauen zueinander durchgehalten haben. Vertrauen zeigt sich insbesondere in Teams, wenn es um das Thema Lästern geht. Je mehr du oder jemand in deinem Team über jemand anderen in einer unguten Qualität spricht, also so ein bisschen ablästert, umso weniger Vertrauen baut der natürlich auf, das ist klar. Und du kannst davon ausgehen, derjenige, der am meisten lästert, über den wird natürlich auch am meisten gelästert werden. Eine kluge Ausbilderin, die ich mal hatte, sagte immer, wer lästert, hat das Laster. Also ein Team, das viel lästert, hat wenig Vertrauen zueinander und legt eher Wert darauf, einander zu verkaufen, wann immer es auch geht. Man findet es auch sehr stark in Hierarchien, wo es um Rivalität, also um missbrauchte Hierarchien, ich möchte es mal so sagen, wo es um Rivalität, um Konkurrenz geht und man eigentlich nur darauf wartet, den Nächsten wieder in die Pfanne zu hauen, zu eigenen Gunsten oder auf Kosten anderer. Auch das ist übrigens ein Wert. Also vielleicht gibt es auch ein Team, das sagt, wir legen großen Wert darauf, uns permanent in die Pfanne zu hauen. Auch das ist eine wertschätzende Kommunikation, allerdings im völlig vertretenen Sinne. Vertrauen ist also ein möglicher Wert, den du für dich oder für dein berufliches oder privates Umfeld bewusst reflektieren und vielleicht nochmal neu entscheiden kannst. Aus meiner Sicht einer der ganz hohen Werte einer wertschätzenden Kommunikation. Wenn dieser Wert gelingt in der Kommunikation, da reden Menschen auch übereinander, allerdings durchaus auch positiv, man schwärmt voneinander, man ermutigt einander, man gratuliert sich für die Erfolge, man freut sich für den Erfolg der anderen und interessiert sich auch für den Erfolg der anderen. Vertrauen und die Treue, ein großer Wert. Ich nehme einen weiteren Wert und das ist die Menschlichkeit. Menschlichkeit ist ein Wert, der sich in der Kommunikation recht leicht ausdrücken lässt. Du kannst Menschlichkeit zum Beispiel zum guten Ausdruck bringen, indem du Namen benutzt. Wenn du jemanden ansprichst, dass du nicht einfach losplapperst in der Tür, sondern dass du einen Namen aussprichst, dass du Blickkontakt aufnimmst, einen Moment wartest, das ist eine gute Gelegenheit für einen Atemzug und dann erst weitersprichst. Menschlichkeit zeigst du dadurch, dass du jemanden aussprechen lässt. Das sind die Klassiker in der Kommunikation. Viele wissen es, es ist jedoch tatsächlich gar nicht so einfach im Alltag, solche fast feinen Dinge oder Aspekte wirklich Beachtung zu geben. Menschlichkeit zeigt sich auch dadurch, nicht alles zu kommentieren und auch nicht immer Recht haben zu wollen. Du merkst, hier geht es in einen Bereich der Haltung. Es gibt Menschen, die sind geneigt, zu allem und zu jedem tatsächlich ihre Meinung dazu zu geben. Manche nennen das auch ihren Senf dazu zu geben und eben auch noch einen Kommentar dazu zu geben. In der Menschlichkeit spielt auch Diskretion tatsächlich eine Rolle. Eine gute Distanz zu wahren und damit auch ein Stück Respekt, ein weiterer Wert mit reinzubringen. Die Menschlichkeit und der Respekt liegen eng beieinander. Ich komme noch mal auf meine Ausbilderin zurück, die wirklich viele, viele Dinge gesagt hat, die wir heute immer noch in den Sinn und ins Gedächtnis kommen. Sie sagte immer, Sandra, du kannst Menschen nicht ein bisschen achten. Entweder du achtest sie oder du verachtest sie. Du achtest sie eben nicht. Und Menschen zu achten, menschlich zu bleiben, nicht in die Rechthaberei zu gehen, sondern diskret zu bleiben und anzuerkennen, Toleranz zu zeigen, ob der anderen Meinung und der anderen Sichtweise und der anderen Denkweise, das ist wirklich groß. Und es ist auch ein Stück menschlich. Menschlich ist es auch, Dinge, Ereignisse, Situationen, die weniger gut gelaufen sind, nicht nachzutragen, sondern an der einen oder anderen Stelle versöhnlich zu sein. Versöhnlich zu sein heißt, etwas gut sein lassen zu können. Das passt natürlich jetzt auch schön zu Weihnachten in diese Zeit oder in die Vorweihnachtszeit. Versöhnlich zu sein im Inneren. Das heißt nicht, dass du alles gut finden musst, was du erfahren hast oder was dir passiert ist. Du brauchst für Versöhnlichkeit noch nicht mal die Menschen im Außen, sondern du machst es im Inneren. Und es kann sein, dass du innerlich versöhnlich bist, durchaus, weil Dinge geschehen, wie sie geschehen. Und manches kannst du nicht ungeschehen machen oder im Grunde kannst du gar nichts ungeschehen machen. Wenn es passiert ist, ist es passiert. Aber deine Haltung dazu, deine Denkweise dazu, deine Bewertung dazu, die kannst du natürlich beeinflussen. Und selbst wenn etwas draußen passiert ist, was für dich wirklich schwer oder schlimm war, kannst du für dich im Inneren den Frieden finden. Und du musst aber nicht im Außen das kundtun und musst im Grunde etwas tun oder danach handeln, was dem Schmerz, den du dennoch erfahren hast, widerspricht. Du kannst gut sein in dir und du kannst Frieden geben. Du kannst etwas befrieden, was du erlebt hast und damit ein Stück Versöhnung in dir aktivieren. Und du kannst dir dennoch alle Zeit der Welt dazu lassen, das in der Welt, in deinem Leben auch ganz gemächlich angehen zu lassen. Du musst nicht wieder Kontakt aufnehmen. Du musst da nicht hingehen und sagen, alles ist wieder gut. Es ist in Ordnung, in sich eine Geschichte zu befrieden und ihr einen Platz zu geben und dennoch deine Entscheidung von Distanz oder Ähnliches zu treffen, soweit dir möglich oder soweit dir wichtig in deinem Leben oder in deinem Beruf. Menschlichkeit, Respekt, Versöhnung, etwas befrieden, etwas gut sein lassen, das sind alles Werte, die zu einer wertschätzenden Kommunikation gehören können. Ein weiterer möglicher Wert ist das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit ist etwas, was im Grunde unseren Geist und also unsere Aufmerksamkeit dahin lenken will, zu sagen, sei wachsam, sei aufmerksam. Sei aufmerksam mit dir, mit deinen Kräften, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Entscheidungen und sei genauso aufmerksam und achtsam im Außen mit den Menschen. Erkenne, dass auch die ihre Grenzen haben, ihre Möglichkeiten, ihre eigenen Entscheidungen treffen und geh gut damit um. Mitgefühl zu haben mit jemandem, der es gerade schwer hat. Menschen, die es schwer haben, benehmen sich oft nicht so gut. Sie tun einfach Dinge aus der Not, aus der Angst, aus dem Schmerz, aus der Hilflosigkeit heraus und zeigen dann nicht unbedingt das beste Verhalten. Mit diesen Menschen Mitgefühl zu haben, es nicht persönlich zu nehmen, ihnen gute Gedanken zu schicken und sich dennoch auf eine gute Art und Weise zu positionieren und auch auf Distanz zu gehen, ist ein weiterer Wert. Wenn du eine Kollegin hast, die es schwer hat in ihrem Leben, wie auch immer, und jeden Tag davon erzählt und immer erzählt, wie schlecht es ihr geht und so, ist es völlig in Ordnung, mit dieser Kollegin durchaus Mitgefühl zu haben, ihr auch das zu bekunden und dennoch ein gutes Maß an Distanz zu finden und ihr auch das zu sagen und zu signalisieren. Wichtig ist, dass das ohne Bosheit, ohne Verachtung und ohne Überheblichkeit geschieht. Immer wenn Menschen sich über einen anderen Menschen stellen und denken, naja, also kein Wunder und so, dann gehst du in eine Haltung, die dich aufwertet und den anderen abwertet und möglicherweise ist dir das gar nicht so bewusst. Prüfe das. Der Dialog auf Augenhöhe heißt immer, ich muss nicht alles verstehen, ich brauche auch nicht alles verstehen, aber ich kann dir mit einem Grundrespekt begegnen. Die Werte einer Familie können natürlich ganz anders sein, wie die Werte einer Partnerschaft oder einer Liebesbeziehung oder einer Freundschaft und die Werte eines Teams, das finde ich immer ganz besonders spannend, können in ganz verschiedene Richtungen gehen. Ich möchte noch einen weiteren Wert benennen, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Und ich benenne diesen Wert in dem Bereich Zuversicht, Humor, auch den Glauben an etwas und auch ein Stück Positivität. Wenn Menschen und Teams sich erlauben, trotz aller Schwere, trotz aller Kritik im Außen, trotz allen Konfliktpotenzials, das sich zeigt, dennoch Heiterkeit, Leichtigkeit, etwas Humoriges, etwas Lebensfreude in einer Situation oder in einer schwierigeren Zeit sich zu bewahren, finde ich, also erachte ich von unfassbar hohem Wert. Denn immer, wenn es jemandem von uns gelingt, zuversichtlich zu bleiben, ein Stück Hoffnung reinzugeben, ein Stück Leichtigkeit, etwas Geduld reinzugeben, dann bewirkt es oft ein Beruhigen der Gemüter und dadurch können kreative Gedanken entstehen und auch ein kreativer Geist wieder aktiv werden. Nichts ist schlimmer, wenn sich viele Menschen im destruktiven Gedanken mit total viel Frust und viel Erschöpfung zusammenfinden und sich am Ende nur gemeinsam leidtun, aber nicht in die Gänge kommen. Immer wenn ein Problem irgendwo ist, dann ist es wichtig und hilfreich, dass die Menschen vor Ort das Problem erkennen, es auch kritisch betrachten, auch kritisch kommunizieren und dann bitte in die Lösungsorientierung und in die Vorwärtsbewegung und in die Aktivität gehen. Und für mich von ganz hohem Wert ist, dass das niemals auf Kosten anderer Menschen geschieht. Werte wie Rivalität, Konkurrenz, Rechthaberei, sich durchsetzen, sich durchboxen, sich durchkämpfen, sind auch mögliche Werte einer Umgangs- oder Kommunikationskultur. Nur prüfe das, denn es ist eine kräftezehrende Qualität und ich glaube, die allermeisten Menschen verstehen unter einer wertschätzenden Kommunikation etwas völlig anderes. Es mag Zeiten geben, da ist es wichtig. Ich empfehle das unbedingt zu begrenzen und ich empfehle dir sogar, dich von Menschen zu distanzieren, die immer wieder versuchen, dir den Glauben oder die Werte, die dir wichtig sind, schlecht zu reden oder klein zu reden. Man kann sich Dinge schönreden, man kann sich Dinge aber auch schlechtreden. In einer wertschätzenden Kommunikationskultur, meine ich, ist die Mitte genau richtig. Mal ein bisschen in die Richtung, mal ein bisschen in die andere Richtung. Wenn du von allem was hast, wenn du mit deinem Team von allem etwas pflegst und ganz bewusst darüber immer wieder mal in Dialog gehst, pflegen wir noch unsere Werte in der Kommunikation und im Umgang miteinander oder haben wir einfach ein bisschen, weiß ich nicht, die Spur oder den Weg verloren, wollen wir das wieder mal angleichen oder korrigieren. Das ist das, was ich dir wünsche. Denn mal daneben zu treten, das ist menschlich, das ist völlig in Ordnung. Es zu reflektieren und den Anspruch zu formulieren, das ist Größe. Ich wünsche dir für das neue Jahr 2020, und diesem widme ich auch diesen Podcast jetzt zu Weihnachten und dem kommenden Anbeginn des neuen Jahres, wünsche ich dir eine ganz bewusste, werteorientierte und wertschätzende Kommunikationsqualität, und zwar mit dir selbst. Das ist immer das Allerwichtigste. Und im zweiten Schritt mit den Menschen in deinem direkten Umfeld, deiner Familie, deinen ganz engen Freunden und vertrauten Menschen, und im dritten Schritt dann natürlich auch mit deinem Team. Ich wünsche dir viel Freude. Ich wünsche dir ganz wunderbare Weihnachts- und Wintertage, einen guten Start in das neue Jahr 2020. Und wie immer freuen wir uns auf Rückmeldungen. Erzähle uns von deinen Erfahrungen, von deinen Ideen, von deinen Gedanken und deinen Reflexionen. Und ich wünsche dir eine ausgesprochen warmherzige und fröhliche Zeit im Geist und insbesondere im Herzen. Bis ganz bald, deine Sandra. Und ich wünsche dir viel Freude. Und ich wünsche dir viel Freude.